An alle Adrenalinschangies da draußen. Kennt ihr schon das größte Rutschenparadies Deutschlands? Hallo und herzlich willkommen beim Waldkirchertreffpunkt. Schön, dass du da bist. Was für ein Spaß. Auf der längsten Röhrenrutsche Deutschlands mit 365 Metern könnt ihr gemeinsam als Familie hinunterrutschen. Ihr könnt aber auch gegenseitig im Rutschenwettkampf bei den Space Racern antreten, denn hier werden eure Rutschengeschwindigkeiten gemessen. Es wurde aber auch an die kleinsten Gäste ab drei Jahren gedacht, denn hier gibt es auch tolle und verschiedene Rutschenangebote, die richtig Spaß machen. Es gibt auch mehrere Planschbecken, sodass den kleinen Gästen es an nichts mangelt. Die Rutschen für die Größeren sind in verschiedene Schwierigkeitsgrade und in verschiedenen Altersangaben aufgeteilt. Es gibt die Trichterrutsche, es gibt die VR-Rutschen, wo ihr mit einer VR-Brille in einer Art Achterbahn hinunterrutscht. Es gibt auch die freie Fallrutsche für die ganz Mutigen unter euch. Es gibt eine Rutsche, wo ihr bergauf rutscht. Also es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Und das ist wirklich nur der Innenbereich. Die Therme Erding hat noch einen Außenbereich mit weiteren Rutschen. Insgesamt erwartet euch in der Galaxy Rutschenwelt der Therme Erding 28 verschiedene Rutschen in drei Schwierigkeitsgraden. Ihr habt Zugang zu den verschiedenen Themenbereichen, wie das Wellenbad, den Thermenbereich und die Vitaltherme, sowie die Saunawelt. Ein Speise- und Getränkeangebot gibt es in der Galaxy Rutschenwelt natürlich auch. Und wenn ihr dann mit euren Kleinsten doch mal eine Pause braucht, empfehlen wir euch, den Tag über ein Chalet im Almdorf zu mieten. Ganz viel Spaß, euer Waldkindertreffpunkt.